Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir haben einen Einsatz. Isaac will uns an der Front. Was? Im Ernst jetzt? Leider ja. Beilen wir uns. Es geht sofort los? Ja. Wamonos. Okay. Mist, mein Nacken. Hey, danke für das Zimmer letzte Nacht. Ja, wer war es diesmal? Die Küchenbraut? Nein, die Wetterbraut. Sie hat ihren Berg verlassen. Ah, die Wissenschaftlerin. Schön. Ah, sie ist ein bisschen zu begeistert von ihrem Job. Sie sprach dauernd von einem Sturm und... ich weiß nicht. Hat sich's gelohnt? Oh, absolut. Jetzt kann ich glücklich sterben. Das solltest du. Was Besseres als sie findest du nie. Das denke ich eigentlich auch. Und... Trotzdem. Ah, okay. Damit wieder herzlich willkommen zurück bei uns auf unserem Kanal. Zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. In der letzten Folge haben wir gesehen, die Hintergrundstory von Abby. Warum, wieso, weshalb sie so ist, wie sie ist. Kann man nachvollziehen. Ja, jetzt sind wir hier. Haben hier irgendwie Seattle Tag 1. I don't know, ob das jetzt nochmal eine Rückblende ist oder ob das irgendwas anderes ist. Aber mal ganz ehrlich. Abby, muss man mal sagen. Alter, die ist ja in shape as fuck. Also. Nice. Die trainiert auf jeden Fall fleißig. In der letzten Folge, wie gesagt, haben wir ja da die Hintergrundstory gesehen. Dass Joel dafür verantwortlich ist anscheinend. Dass Abby's Pubby gestorben ist. Obwohl eigentlich der Pubby eigentlich nur das Beste für die Menschheit wollte. Naja. Dazu müsste man aber auch Teil 1 gespielt haben. Das war jetzt wie so nach Backscene. Und wo sind wir hier? Ist ja... Fitnessstudio? Cool. Dafür, dass wir jetzt hier in so einer Apokalypse irgendwie leben. Boah, ein bisschen Normalität. So, dann gucken wir doch mal, was uns jetzt in Seattle hier an dem ersten Tag gezeigt wird. Können wir hier eigentlich irgendwo rein? Nö. Guck mal, Kitties. Nice. Hallo, Miss Potts. Hallo. Sie auch? Ein Gentleman schweigt. Alter, das ist aber auch ein Schammer hier, Typ. Schauen wir erstmal weiter. Ich muss kurz mit meinem Dad reden. Holst du uns was zu essen? Ja, geht klar. Hol mir was. Con picante. Du kriegst, was du kriegst. Alter, was ist mit ihm verkehrt? Wollte ich selber dein Essen, Junge, ey. Alter, ist ja krass, wie viele Leute... Ist ja... Mega. Okay. Achso, ne, hier ist Essens... Ne, hier ist Geschirrabgabe. Ich freu mich auch, Abby. Ach, da gibt's Essen. Uh, das ist mit dir. Oh, Chef Jordan. Hab dich nicht gesehen. Kommst du mit uns in die Seravena? Manny und ich wurden zur Basis bestellt. Was wollt ihr in der Seravena? Das Hotel und die Schule werden evakuiert. Wir nehmen die Vorräte und bringen alle zurück zur Basis. Echt jetzt? Ja, ist es zu glauben, nach all dem Scheiß ziehen wir uns zurück? Du weißt doch nicht, ob so ist. Wenigstens kommt Lia vielleicht früher vom TV-Sender zurück. Na, immerhin, ja. Ich muss los. Dein Überleben sei lang. Und dein Tod sei schnell. Okay. Was ist das denn für ein Spruch? Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell? Okay. Ich dachte, wir sollten Essen holen. Wieso erzählt der dann irgendwann irgendwas los? Gut, hier haben wir den nächsten. Stellen wir uns das mal an. Was gibt es heute? Burritos. Wieder mal. Burritos. Lager. Abby, was machst du? Hey, tenemos Prisa. Damit resporitas. Hey Mann, da ist die Schlange. Manny, was soll das? Entschuldigung. Stell dich gefällig hin zu. Nein, wir gehen an die Front. Kommt schon. Du bist so weich. Warum hast du drei? Gib einen zurück. Flipp jetzt nicht aus. Mel kommt mit uns. Manny? Okay. Wer ist Mel? Warum tost du mir das an? Weil die mir beide wichtig sind. Und ich habe genug von dem Scheiß. Weiß sie, dass ich dabei bin? Und ob? Und es ist okay für sie? Ja. Warum klingt ein Jahr so wenig überzeugend? Liegt an meinem Akzent. Komm schon, sei nicht so paranoid. Okay. Okay. Ich... Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Alles okay. Also, war... Wollen wir erst mal ein Proviso dahinter? Wer glaubt, dir gefällt es mich zu quellen? Nein. Es ist eine Möglichkeit für euch, endlich weiterzumachen. Seit Jackson haben wir kaum miteinander geredet. Soll ich so tun, als wäre nichts passiert? Natürlich nicht. Wir müssen darüber reden. Sie wollte Joels Tod genauso wie wir anderen auch. Aber sie ist anders als wir. Sie hat noch nie jemanden so verletzt. Sie... Tötet ständig Scars. Nicht so wie wir Joel getötet haben. Vergiss nicht. Wir sind Soldaten. Sie ist Ärztin. Komm Abby. Sie gehört zur Familie. Tu es für mich. Okay? Ich höre so. Okay, also wir sind auf jeden Fall in der Storyline, äh, nach dem Tod von Joel. Weil das war jetzt nämlich gerade noch so die Überlegung gewesen, von wegen, wo sind wir jetzt überhaupt, der Storyline-technisch? Wird Joel schon umgebracht? Sind wir jetzt gerade dabei, Joel umzubringen? I don't know. Pack deine Sachen. Ich hole mehr. Ja. Sehr nett. Leck mich. Okay. Also, Mel. Mit Mel haben wir irgendwie Probleme. Die hat anscheinend das Ganze nicht so verkraftet, äh, oder so gut verkraftet, ähm, mit dem... Wie wir, äh, uns um Joel gekümmert haben. Aber gut. Also ich kann es nachvollziehen. Wissenschaftlerin, hm? Hm. In welchem Raum sind wir jetzt? Also sind wir jetzt in unserem Raum? Sind wir jetzt in dem Raum? Äh, doch. Muss ja unser Raum sein. Ist ja hier unser Rucksack. Also unser Schlafgemach. Klopf, klopf. Abmarsch bereit? Ja, sofort. Hi. Hey. Du bist also wieder im aktiven Dienst? Naja. Du kannst bestimmt hierbleiben, wenn du fragst. Ich sitze lieber nicht rum, wenn ich nicht muss. Hat Owen nichts dagegen? Was hat Owen damit zu tun? Wir müssen Alice noch abholen. Hey. Gib dir Mühe. Okay, also in der Storyline haben wir zwar Joel umgebracht, aber die beiden leben noch. Okay, die beiden, da kann ich mich jetzt daran erinnern, hatten wir ja in der letzten Folge das, glaube ich, gehabt. Oder in der vorletzten Folge war das gar nicht, in der letzten. Äh, wo wir als Ellie, äh, die beiden leider töten mussten. Warum hat man nach dir geschickt? Das ist die normale Rotation, keine Sorge. Hey, äh, wenn du zurück bist, du bist in der Welt. Alter, wie das aussieht. Dem geht's. Ich weiß nicht. Schlechter. Inwiefern? Äh, er klagt über Schmerzen in den Handgenehmens. Krass. Einfach mal krass. Vielleicht kriegen wir mehr Schmerzmittel für ihn. Wir haben das Stadion umgebaut in so eine Art Bauernhof Überlebensdingens. Das ist übrigens krass. Geil. Seid ihr schon aufgeregt? Wegen des Babys? Wenn man die ganzen Kinder da sieht. Ja, ähm, ich bereite mich vor. Viele heulende Babys. Genau richtig für Owen. Er hat's noch gar nicht gesehen. Er ist mit Danny unterwegs. Danny. Oh. Also Owen ist der Vater, oder was? Ja. Ich kann ja nicht, dass er noch nicht gesehen haben. Also ich meine, die ist hier hochschwanger. Wie kann man sowas übersehen? Also auch musst du ja schon ein paar Monate weg sein. So, Armory. Kriegen wir jetzt unsere Kniften, wa? Kann das sein? Hey, Pat. Das Übliche, bitte. Na klar doch. Ja, es wird. Nee, alter. Nehmt S24. Was ist er denn? Warum fährt er denn? Ich will fahren. Dein Überleben sei lang. Dein Tod sei schnell. Dieser Spruch? Dein Überleben sei lang. Gehörstet. Das scheiß, den klemmt schon wieder. Ach so, ich kann auf den... Der Verliererputzdienst. Hm. Das kann. Auf den Schießstand, okay. Ab Magazin, höchste Punktzahl. Abgemacht, Herr Brann. Ja. Da werden wir jetzt, äh... Richtig dick ablosen. Außer, ich hab mein Aim Assist mit an. Und der hilft mir jetzt. Ich hoffe. Oh, der war nicht gut. 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 Aua. Oh. Mit einem Punkt gewonnen. Alter. Der hat war knapp. Nächstes Mal will ich deine Waffe. Ja. Es lag nur an der Waffe. Genau. Oh, da fällt mir ein. Da ist ein Riesenberg dreckiges Geschirr. Ah. Du bist gerade. Oh, und du kannst meine Wäsche falten. Nee. Äh, ich glaub nicht, dass wir jetzt nochmal eine Runde ausprobieren. Trophäe Scharfschätze. Okay. Nehm ich mit. Äh, sondern dass wir jetzt einfach nochmal weitergehen. Weil Schießen ist nicht meins. Also zumindest nicht mit dem, äh, ne? Hier. Das ist Controller. Was haben wir hier generell für? Also. Erstmal. Schatzladen. So, dann können wir hier nämlich wieder Muniz. Können wir nicht. Ich kann nur neun Schuss mitnehmen. Was sind das für blöd sind? Okay, haben wir hier. Da ist alles safe. Hier haben wir zweimal Dings. Wir haben keine Blendgranate. Alter, wie ist es? Gibt Blendgranaten? Ja, ja, braves Mädchen. Ich hab's hier noch was anderes. Wer ist denn braves Mädchen? Achso, der Hundi. Hundi! Okay, komm. Lass uns los. Bisschen Action-Action haben. Also, dass wir jetzt zu so einem Auftrag quasi mit einer Schwangeren fahren, finde ich schon heftig. Also, ich werd die jetzt eigentlich hier gelassen. Soll ich so wie es ist? Einfach aus Sicherheitsgründen. Aber die ist schwanger. Ja, hallo. Die hat man ja auch jemand andern nehmen können dafür. Wie schlägst du denn jetzt? Verzeiht mir. Blech so toll. Soll ich dir etwas aus der Boutique besorgen? Nein, schon gut. Okay. Kein Problem. Nein, lass mich. Ich werde mich einfach ausbrauchen. Ich hab ein paar extra Ausgaben angenommen. Du und Owen. Was meinst du? Nichts. Was ist denn jetzt los? Ist sie jetzt eifersüchtig? Also, ich weiß jetzt nicht, ob Abby irgendwas mit Owen hat oder nicht. Ich weiß, ne? Ich war erst 24 und für mich zu 2. Und im Erleben sei lang und dein Tod sei lang. Ey, dieser Spruch. Der gibt mir jetzt schon ein bisschen auf den Senkel, war? Ja, mein Glückplatz verloren. Dein Überleben sei lang und dein Tod sei schnell. Soll er zurückerobert werden? Nee, also, er sagt, das ist unwichtig. Wir fangen im Moment genug Wildlachs. Wildlachs? Also, ich muss ja sagen, ey, das, was sie jetzt nicht da im Stadion aufgebaut haben, ist echt krass. Also, Selbstversorger. Die haben da Nutz, wie ernten da Sachen, also, es läuft für die ganz gut. Tschüss mal an hier. Voll neu. Geil. Ja, Hundi wieder. Wie immer, ne? Kommt raus aus dem Mainz hier. Wow. Das sind die Wolves? Was? Ich werde das. Kommt mal her hier. Warte, 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 warte. Nicht so hektisch. Alter! Äääh, wo seid ihr? Alter! Boah, Mensch! Hier sind schon viele. Oh, der hat er jetzt aber hier abgekürzt. er hat doch gesessen ja dann kommt er dann ja hier von da rum Alter! Warten wir so einfach um? Geh, sieht nix! Wird's denn da machen? Alter! Junge! Also mein Name mal wieder 1a Das Auto haben wir jetzt hier verloren okay ja lauf 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 so komm ab hier hoch und mach zu dat Ding Nice Hab ich hier auch ne Taschenlampe? oder? Gib's hier irgendwas? wird, wird hier vielleicht noch auf uns wartet. Also mit Abby haben wir ja noch das Problem, dass wenn wir zum Beispiel in so eine Quarantänezone kommen, beziehungsweise in so eine, ähm, nicht Quarantäne, sondern in so einer infiltrierten Zone, braucht ihr ja eine Gasmask. Ist ja jetzt nicht so wie Ellie, die ja eben gegen den Sachen ist, äh, gegen die Sachen ist. So, wir könnten uns jetzt herstellen, was ist das? Eine Rohrbombe. Rohrbomben ist schon mal nice. So, das Gewehr ist auch nice. Oh, hörst du das? Hörte das? Hörte das? Hörte das? Da war doch was. Da war was. Jetzt ist die Frage, was, wo und wer. Und dann gibt es erstmal ein bisschen, oh, wir müssen noch ein paar Loot-Sachen hier, äh, mitnehmen. Und dann gibt es dann bestimmt ein bisschen was aufs Fressbrett. So, dann war hier noch ein Stückchen mit. Gibt es hier sonst noch was? Ja, hier gibt es noch Teile wieder zum Verbezzeln. Hier auch. Okay. Und, äh, wir werden uns jetzt wahrscheinlich hier gleich dick überraschen lassen müssen. Von den anderen. Weil, genau, es gibt hier sehr viele Infizierte. Okay. Okay. Kriegen wir die irgendwie... Kriegen wir die hier rausgesneakt? Was ist das? Ist das ein Runner? Ist das ein... Ein Klicker ist das nicht, ne? Okay. Das ist eine gute Frage. Machen wir das Sneaky Peak-mäßig? Wirklich mit ganz langsam anschleichen und von hinten grabbeln? Oder machen wir Rambo-Style? Wir machen einen lautlosen Kill. Nice. Alter, jetzt gehen wir nicht auf den Sack hier. Junge, weg da. Ich bin hier gerade so im Sneaky-Modus. Was da ist? Wird nicht sehen. Macht sie fern! Noch einer von links? Rechts? Oben, unten? Alles sauber? Nice. Das ist so viel besser als Mescal und ein Zeichentrickfilm. Okay, jetzt können wir hier ein bisschen gucken. Also wir hätten jetzt auch ein bisschen Sneaky-Style vorgehen können. Hätte man machen können. Leute, seht mal da oben. Seht ihr das Licht? Könnte ein Ausgang sein. Ich kletter hoch und sehe es mir an. Ja, genau. Wir klettern hoch und sehen es an. Also hier hoch, da hoch. Hallo, was? Äh, hallo? Wieso? Achso, muss ich jetzt hier rein? Oder was? Alter, das ist ja richtig Adventure-Map. Junge. Denn hier rüber, aha, aha. Hier hat sich jemand was hingepackt mit ein paar Filmen. Nice, noise, noise. Das heißt, wir können Abby auch aufleveln. Macht das ja okay. Also, aufleveln. So. Mal hier noch ein bisschen was. Was können wir denn bei Abby eigentlich denn noch zusätzlich aufleppen? Au, Einsatzaktik. Das ist immer noch nicht freigeschaltet. Erhöht die maximale Gesundheit um 25%. Äh, ja, nehmen wir mal. Wir haben ja jetzt genug. Das nächste ist denn der Lauschmodus Klarheit. Okay. So, das heißt, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier jump. jump. Moment. Oh, oh. Leute. Das ist ein Kicke. Das ist ein Kicke. Komm sie. Na los. Oh. Links. Alter, das ist so sehr verkehrt hier. Von hier. Ich muss das mal fahren. Das ist mal ein Kicke. Oh. Guck dir doch auf einmal da her, hier. Okay. Sayonara. Das war't. So ne Scheiße. Wo kommen die denn auf einmal her? Das hab ich gar nicht gesehen. Okay, warte, 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 warte. Oh. Ich muss mal da mal kurz ne Rohrbomben hin. Alter. Okay. Ja. Die Munition wird aber knapp. Darf ich perfekte Scheiße sagen? Ja. Ja, darfst du. Perfekte Scheiße. Verschwinden wir von hier. Okay, das war jetzt ein bisschen hektisch. Hektisch. Pop hektisch. Gibt's denn hier noch irgendwie weiteren lalalalaloot? Wie zum Beispiel Munition. Das wär zum Beispiel ne ganz geile Sache. Ein bisschen mehr Munition zu finden, wär schon nice. Find ich auch witzig, dass wir eigentlich die äh ja, nicht die Protagonistin, sondern den Feind quasi von Ellie spielen und wir jetzt eigentlich dann ihre Stats verbessern. Eis ja eigentlich, ich mach's mir ja selber dann im Nachgang schwer. Also kommt drauf an, wenn ich am Ende spiele. Also ob jetzt nun Abby oder Ellie. Hauptsächlich. Und wie der Endfight nachher aussieht. In einem Monat passe ich da nicht mehr durch. Na los, Ed. Ich dachte, Ladies first. Ich mag nicht alles. Ja, also gegen Abby bist du aber auch, muss man mal ganz klar sagen, ein leichter Lauf. Jo. Die ist so, die ist so krass durchtrainiert. Eila. Das ist wie das Gewächshaus deines Dads. Ja nicht. Die Pflanzen hier leben. Stimmt wohl. Weißt du was? Das ist gut. Ihr braucht etwas, das euch zusammenschmeißt. Klappe, Manny. Funktioniert doch schon. Was ist denn mit ihm los? Jetzt muss er hier den Schlichter spielen, oder was? Oder was ist sein Problem? Hier gibt es noch ein paar, paar, paar geile Sachen. Gucken, ob wir hier noch mehr Sachen finden. Nö. Ja, also wir gucken uns jetzt hier das geile G-Wax-Haus an und finden natürlich super viel Stuff. Ja, Stuff, 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 Stuff. Bei den Stuff werden wir natürlich jetzt hier komplett einmal durchlooten, was natürlich extrem aufwendig ist, sich jetzt hier alles einmal anzuschauen, um zu gucken, von wegen, dass man hier auch nichts verpasst. Gucken wir gleich mal weiter, was es noch so gibt. Noch eine gefunden. Jupp. Hey, ich kenne ein gutes Trinkspiel, das man mit denen spielen kann. Pff, vielleicht später. Münzen gefunden? Okay. Also, bei Ellie haben wir ja die Sammelkarten, und bei Abby haben wir anscheinend die Münzen. Ist ja mal nice. Gut, damit haben wir jetzt hier die ganze Stuff durchgelootet. Genau, da geht es jetzt nämlich gleich raus. Was witzig war, wir haben vorhin ganz kurz noch eine Münze gefunden. Wir kennen ja den ganzen Kram von Ellie, dass die ja die Sammelkarten sucht, und Abby anscheinend, ja, sammelt Münzen. Auch cool. So, wo sind wir jetzt hier? Wo müssen wir denn überhaupt hin? Noch nicht. Also, wir wollen, ich gehe mal von Ost zum Hochhaus. Zur Basis. Äh, leider ohne Fahrzeug, ohne alles. Ja, hier ist es zu ruhig. Also, ich kann nachvollziehen, dass er sagt, es ist sehr ruhig. Für meine Verhältnisse zu ruhig. Wir müssen hier durch, Freunde. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Na komm. Okay. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, und sagt das Spiel sehr dezent, von wegen, wo wir hin müssen. Und zwar hier rauf. Und dann irgendein... Was ist denn jetzt das Kabel? Und dann irgendwie da ran. Manny, sieh da oben nach. Warte mal, hüpf. Achso, jetzt macht er das. Okay, cool. Hüpf, hüpf. So, dann sehen wir da oben. Gehen wir da oben. Gucken wir, was da so ist. Und machen wir uns mal die Tür hier rauf. Achso. Oder macht das Kabel weiter runter. Nice. Wo schmeißt du es jetzt hin? Na bitte. Los, komm hoch. Mal, bleib bei Alice. Ich versuche die Tür aufzukriegen. Sucht euch einen anderen Eingang. Cool. Ah, okay. Also, wir klettern hoch. Versuchen die Tür von innen zu Entriegel. Oder das, was davor steht, eben wegzudrücken. Wir werden natürlich da ein bisschen Action-Maction wahrscheinlich drin haben. Da ist, äh... Naja, keines Gas zu sehen. Aber da drinnen sind wahrscheinlich infizierte Freunde, Alter. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt ist die Frage, können wir jetzt eigentlich einfach dieses geile Sile nehmen? Ja, geh mal her hier. Und es jetzt hier reinlassen. Damit ich hier ordentlich runterkomme. Ja, ja, das stimmt. Ja, nice. Cool. So, lasst mich raten. Wir sind drin. Ich bin an der Tür. Ah, okay. Die Tür wird direkt hier freigeschaufelt. So, dann drück mal den Schrankchen-Monkey weg. Die hat aber auch Kraft. Ey, Junge. Ja, klar. Krasse Action. Ich bin hier, Dot. Okay. Und dann sind wir wieder draußen, or what? Währenddessen können wir aber hier nochmal ein paar Pillen kurz sortieren. Ganz kurz hier nochmal kurz mal... Hier, hier ein bisschen Loot drüber schmulen. Sieht ihr das an? Warte, warte, warte. Bleib doch mal ruhig, Alter. Geh doch nicht mal gleich vor. Ja, jetzt erzählen die da wieder Storys. Das ist doch schon wieder... Dass sie immer vorrennen müssen. Das ist manchmal... Nervitsch. 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 Oh, kann ich hier das Ding wegschieben? Dahinter nochmal rein? Nee, krieg ich nicht. Schade. Gut, dann gehen wir nochmal hier kurz rausgucken, was hier... Achso, wir sind hier gar nicht draußen. Wir sind immer noch im Gebäude. Ich dachte, wir wären hier draußen. Oh, okay. Dann sind wir ja immer noch hier drinnen. Und ich dachte, wir können raus von hier. Damit haben wir jetzt erstmal schön ein bisschen was hergestellt. Wie es sein soll. Und als nächstes werden wir dieses Tor hier öffnen. Aber dieses Tor werden wir erst in der nächsten Folge öffnen. Ich hoffe, ihr hattet euch mal wieder ein bisschen Spaß. Lasst einen Like da, lasst einen Kommentar. Und damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, gerne unseren Channel abonnieren. Und bis dahin sage ich erstmal... Reingehauen! Und bis dahin sage ich,